Okay, man merkt, dass ich keine Ahnung habe, dann was, man kann, Made in Taiwan und fühlt sich gut, finde ich. Das ist das Problem, man, das ist das Problem. Lengard 350 ungefähr. Was wäre der für eine Bremse, ein Upgrade? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich drehe sie vor uns. Also du merkst ja nicht, da war dein Auto auch leicht. Das Fahrwerk ist total. Das Fahrwerk ist total. Auf die gelbe, Lenny, auf die gelbe. Das lernt man doch. Wenn man schon mal eine Runde mit Markus gefahren ist, dann weiß man doch. Ich wollte gerade sagen, ohne Witz jetzt, als Beifahrer fühlt er sich relativ schwierig an. Ja. Ohne Witzes. Da war ich einfach zu schnell jetzt. Ohne Witzes. 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 Ich hätte den GT3 schon gehabt. Ist das ein Toro S? Nein! Fahne! Wer ist da in andere Domlager gelegt? Nein, da sind die P-Shirt-Domlager. Okay. Es ist in der Runde. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR sehr voll das macht doch Spaß Schade, meine Lieblingsstelle Schade, meine Lieblingsstelle Schade, meine Lieblingsstelle Schade, meine Lieblingsstelle Schade, meine Lieblingsstelle